Die Scharfschutzmunition brauche ich auch nicht mehr. Hier war auch nichts mehr. Okay. Hm. Okay, ich würde sagen, ich muss zu den Zellen. So, ich weiß noch nicht, in welchem Stock das war. Ich glaube, im zweiten Basement war das. Na? Second Basement. Guck mal, ob das da war. Ja, es war hier. Genau hier hatten wir auch das Problem. Na, Nikita-Luncher. Oh, beide sind kaputt. Super. Äh, ja. Ich gehe mal in meine Skum wieder. Und... Was haben wir denn hier alles? Hier sind die Zellen. Gut, hier können wir rein. Gut, speichern. Ach. Hier war das. Gut. Dann müssen wir hier wieder raus und durch die, durch die, ähm... Ich glaube, wir müssen hier unten entlang und dann push unseren geheimen Weg da. Hallo? Wir können da nicht hoch. Hier geht's nicht mehr entlang. Wir müssen hier rein. Nein. Das bedeutet, wir müssen... Ach. Nach oben. Hm. Wieso drücke ich nur immer die falsche Taste, weißt du? Was ist gar nicht gut? Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Wir müssen da hoch. Und wieder raus. Soll ich einfach mal sagen, ne? Na? Na? Oh. So. So. Okay Erstmal speichern bitte Und dann Da hinten steht einer und das war's Gut Läuft der auch irgendwie? Ja der kommt zu uns Scheiße Nein der kommt gar nicht zu uns Speichern Skumbullet Und Okay der ist tot Was gab's hier? Äh ja Ja Skumbullet super Deswegen sind wir jetzt hier hinten gelaufen Ganz Sicher Ja ich baller mich gerade etwas durch Muss ich auch ehrlich sagen Aber Ist ja nur zum Besten Das gibt es hier noch Rotation Juhu Etwas leben Das ist doch immer etwas Na Komm 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 So Was müssen wir denn eigentlich machen? Ah Frage mal Auf die Cave? Wo war die Cave? Nein will ich gar nicht Zug Hier rein Ich habe einen Fehler gemacht Einen großen Fehler Ich muss wieder zurück Hm Ich weiß nämlich jetzt wo ich hin muss Und das ist etwas länger Gut Es kann jetzt wieder etwas dauern Bis wir da sind Aber Das werden wir auch noch hinbekommen Schaffen wir schon Glaub mir Scheiße Oh ne Ist nicht ernsthaft Hm Ich bin ein scheiß Typ Ich muss hier rumlaufen Ha Du kommst ja nicht mehr Scheiße Doch Kommst ja nicht mal zu mir Äh Einfach weiterlaufen So Haben wir hier noch irgendwas Nein Warte mal Wir müssen zur Was ich gerade herausgefunden habe Wir müssen zur Sniper Alley Nur wo ist die? Hm Ah Nein Ah Scheiße Ich habe die falsche Taste Oh ne Jetzt bin ich schon wieder hier Boah Oh Scheiße Das ist vielleicht gerade nicht so gut Äh Äh Du siehst mich nicht Siehst du, du siehst mich nicht So Jetzt lauf Können wir nochmal speichern Damit wir keine Probleme haben So, wo war nochmal Sniper Alley? Ich weiß es nicht mehr ganz genau Das ist mein Problem Komm, das kriegst du hin Das kriegst du hin Ja man So Der hat mich nicht gesehen Super Ich glaube wir müssen da hinten hin Oder? Scheiße Wo mussten wir nochmal hin Für diese Tussi Schon zu lange her Also durch den Fahrstuhl mussten wir nicht Ich glaube wir mussten hier durch Aber Hier gab es doch das Problem mit der Gasmaske Äh mit dem Thermal F1 Oh cool Das war doch hier, oder? So Hier muss man den Mind Detector Verwenden Natürlich Mein Detector Speichern Ich bin doch dran vorbeigelaufen Verdammt nochmal Hier braucht man Nikita Missile Launcher Perfekt Ja Schön Boah nein Wieso nur? Muss ich jetzt echt mein Leben dafür opfern Dass ich so ein Scheißnoob bin? Jetzt habe ich schon wieder keinen Mind Detector an Boah Ich könnte kotzen Aber so richtig hart Oh Das sind nochmal zwei von denen Das ist vielleicht Nicht so Träf ich die noch nicht mal Was gibt es da? Ich bitte Hier Will Vielen Dank.